Insgesamt aber eine gute Zwei. Aber es ist auch für den goldenen Einsatz vom Hauptmann Dr. Jürgens, denke ich, ein persönlicher, guter Abschluss für Ihre Dritte. Und wir haben morgen ja noch die Kompanieübergabe. Das heißt, wir sehen uns morgen sowieso wieder. Dennoch, der letzte Einsatz hier in der Kulisse, zwar auf der rückwärtigen Seite, dennoch im Bereich vor dem Kanzleramt. Den Hauptmann Dr. Jürgens, bitte nochmal vortreten. Und zur Truppe. Drette Kompanie, drüch! Auf den letzten, damit den goldenen Einsatz vom Hauptmann Dr. Jürgens, ein dreifach kräftiges Senpah! Tadis! Senpah! Tadis! Senpah! Tadis! Drette Kompanie, drüch! Chef, eins drehten, dann übernehmen. Ja, vielen Dank. Gut vorne. Komm ran. Vielen Dank dafür. Das war meine große Ehre.